Battle Royale Spiele sind in den letzten Jahren zu einem richtig großen Ding geworden und es gab einige Banger, wie zum Beispiel Warzone, PUBG, Apex und Fortnite. Aber ein Spiel wurde vergessen. Und zwar Totally Accurate Battleground. Game startet jetzt, oder? Ja, mein Game startet auch. Okay, okay, dann warte. Kann man auf die Map schauen? Okay, lass nach Actual Castle, okay? Oh, alter, holy shit. Man kann steuern mit... Oh, what the fuck. Ich hab mir so den Schädel eingebrochen gerade. Was ist das? Okay, warte, wo bist du? Wir treffen uns einfach. Äh, ich bin hier oben. Okay, Moment. Ich hab gerade eine Ska aufgehoben. Der flache ist... Ah, ich seh dich, ich seh dich. Ich bin hier, hier im Fenster. Ja, ja, ich hab's gesehen. Okay, das bist du, das bist du. Ja, moin. Moin, Meister. Ja, moin. Alter, wie du... Oh, siehst du. Okay, die Zone ist aber noch bei uns. Gangster mit G-Kammern. Ich glaub, man hält man die Waffe schräg. Oh, alter, guck mal. Ey. Alter, was macht der Beatbox dann, wenn du G drückst? Alter, wie geil. Warte, warte, drück mal G. Warte, ich steig ein, okay, ich steig ein. Yeah. Yeah. Ja, man. Ähm. Stirbt man an Fallschaden? Safe nicht, oder? Nein, tut man nicht. Okay, gut. Oh, was? Man kann Auto fahren. Seh, rein. Alter, ist das schnell. Ach du Scheiße. Natürlich sind wir im Wald. Wir fahren Auto und wir sind im fucking Wald, Alter. Aber ich find hier den Weg durch, keine Sorge. Wir sind stuck, glaub ich. Ey, ich hab so viel Zeug, kann ich das... Ey, du kannst Sachen auf deine Waffen packen, gell? Was ist das? Oh, mit Speed? Das nehm ich. Ja, jetzt nicht mehr. Oh, ich werd angeschossen, ich werd angeschossen. Wolfe. Äh, ja, ich komme. Ich hab ihn gut gegeben, ich hab ihn gut gegeben. Ich lauf aber weg, okay. Also irgendwo da, war der grad. Ah, der vorne, der vorne. Da. Nope, 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 nope. Nope, nope, nope. Ach, du heilige Scheiße, das macht der. What the fuck? Was? Lauf, lauf, lauf. Wollen wir rein? Ach, die Zone kommt immer raus. Oh, was, was? Er ist da hinten und snipet. Äh, wie esse ich? B. Ich seh ihn halt nicht, das ist... Ich seh ihn. Oh, fuck. Was ist passiert, bin ich tot? Bye, bye. Ich bin down. Ja, see. Oh, ja. Übel. Alter, wie nice. Okay. Oh, was ne Axt. Alter, guck dir das an. Ich will dich jetzt nicht damit schlagen. Oh. Oh mein Gott. Ey, das ist jetzt meinst. Das nehm ich mit. Alter, Junge, ich bin überbufft, glaube ich. Alter, bin ich... Ich bin so hyperaktiv mit einem Dreifach-Jab. Die Zone kommt! Oh Gott! Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, das sind so Balken und dann retten die sich aus. Da bei den... Bei der Scheune? Ja, bei so einem Stein hinten. Ah, ich seh ihn, ja. Okay, was passiert da? Was? Ach, das schließt sich. Holy shit. Digga, das Game ist so underrated, Alter. Ich liebe es jetzt schon. Der ist hier drin, der ist hier drin. Ich hol die Scar raus. Der ist hier safe oben. Oder unten. Da, da, auf der Drücke. Im Haus. Ah, ja. Ich geh rein. Er geht raus. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Bist du lebst noch? Lebst noch? Nee, ich bin tot. Ich glaub, der hat mich gewonnen schon. Nein. Hier ist noch einer. Er hat chillt. Oh Gott. You committed suicide. Ich hab grad ein Minigame einfach. Oh, ich hab's auch. Nee, you committed suicide. Ich muss gleich... Das Motorrad. Ich hoffe, das kann man fahren. Alter, man kann das Motorrad... ...fahren. Äh, ich muss... Ich fahr gerade zu Small Power. Wo bist du? Ich bin bei Small Power. Ja, du bist bei mir. Welcher? Welcher? Welcher bist du? Welcher bist du? Bist du das? Äh, ich bin beim Stein. Ah, okay. Du bist beim Stein. Wir müssen auf ihn schießen. Wir müssen auf ihn schießen. Einer snipet auch noch von außen. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Einsteigen. Nice. Nice. Ich kann während dem... Ah, ich kann nicht schießen in den Motorrad, oder? Oh, doch. Aber... Da war ein Stein in der gesamten Landschaft. Ich hab's geschafft, dagegen zu fahren. Warum steht da mein Name? Ach, da ist was für mich? Nee, dein Name ist wahrscheinlich dein Waypoint. In der Luft. Oh, ja, du hast recht. Scheiße. Warum schießt der eine so doll? Was ist das denn? Ein Battle Royale, wo Leute schießen? Oh, ich bin da hart gesnipet. Hilfe! Alter, was... Was ist er für eine Legende? Ich brauch einen Sniper. Bitte geben Sie mir einen Sniper. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Ich bin stark. Jetzt auch. Was machst du da? Komm da raus. Komm da nicht raus. Ich weiß nicht wie. Los, schlängel dich durch. Ja, ja, du hast es gleich. Ah, du... Einer ist bei mir unten. Ja, ja, er ist... Er ist bei mir. Habe ihn daun, habe ihn daun. Sein Maid hat mich fast. Habe ihn, habe ihn, habe ihn, habe ihn, habe ihn. Deswegen ist ja, wo kommt man denn jetzt hier rüber? Das frage ich mich. Mit dem Wasser kann man ja nicht fahren. So geht's. Ah, what the fuck? Ich habe ihn gut gegeben, ich habe ihn gut gegeben. Einer ist close bei dir. Ich habe ihn daun. Wichtig. Ah, jetzt sehe ich ihn. Ich habe ihn zweimal gegeben. Der kommt, der kommt, der kommt. Er pusht. Gut gegeben, ich habe ihn gut gegeben. Ach so, er lebt noch. Ja, ja, aber sein Maid ist tot. Ja, okay, jetzt habe ich ihn geblieben. Die haben da... Och, du heilige. So, wer fliegt denn da? Wir überfahren ihn. Ich habe ihn überfahren, ich habe ihn überfahren. Lebt da noch einen? Ja, ja, da ist einer. Können wir die killen? Oh, what the fuck? Der hat seinen Teammate geholt und hat mich gedowned. Haben wir ihn gedowned? Okay, der hat Rocket... Alter. Der hat den Missile Launcher gehabt, also direkt auf mich drauf gesetzt. Ich respawn mit einem Curse. Ich auch, aber das ist... Obwohl, das ist echt scheiße, ja. Ja, ja. Pyramide? Ne, das ist Area 56, weil da ist auch ein Jump Pad. Oh, hier ist noch umgelootet. Zumindest hier in dem einen Distrikt. Oh, what? Der hat seinen Maid reupt. Pass auf, hier, da kommen welche. Kai, 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 komm weg, komm weg. Da sind welche. What the fuck? Ja, ich kann nichts dagegen tun. Ich versuche, dich gleich zu holen. Komm her, 25, 20. Krabbel, 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 krabbel. Ja, komm zu mir. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe irgendeine... Ich habe eine Box. Oder halt, äh... Was ist das für eine Grenade? Wall Grenade. Ich kann uns eine Mauer machen. Dann gehen wir jetzt hoch und... We're gonna build a wall, okay? Okay, das war genau hier. The greatest wall, what the fuck? Tolle, tolle... Ey, ich finde es nice. To the wall. Okay. Müsse im Namen, schlapp es auf. Was sind Bandages? Äh, ja. Ich dropp sie dir hier. Ich habe sie dir gedroppt. Ja. Das ist der letzte. Oh ja. Dann lass ihn pushen. Gleich halte ich erst mal. Und dann... Wir laufen einfach beide gleichzeitig rein. Lass es dort gehen. Einfach reinlaufen und schießen. Let's go. Bist du voll? Let's go, let's go. Komm, komm, wir pushen. Lauf. Er kann mit dem Mr. Lime schon nicht umgehen. Wir haben ihn gut getroffen. Ich muss mich rein. Ey, alles gut. Er springt weg. Er hautscht, ja. Der ist auf der Mauer. Ne, er ist nicht auf der Mauer. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Wo ist er hin? Ne, eine Ahnung. Ich loot hier noch ein bisschen. Er ist da vorne. Ich habe ihn gut gegeben. Wir haben alles, was los in die Ecke. Ja, vielleicht wird er zerquetscht jetzt. Ich habe ihn. Let's go. Let's go. Ich habe ihn Headshots gegeben. Ja. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wohin soll ich die werfen? Einfach irgendwo hin, gell? Ich mach irgendwo hin. Und dann rennen. Äh, 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 okay. Okay. Was passiert jetzt? Ja, dann ist gleich weiter. Stimmt. Bawon. Fie geht. Nichts. Ja. Nichts.